Was ist passiert? Das Karschaf, eine Katastrophe glaube ich vorbei. Die Flugstaffel ist zu nieder geflogen, ist in den Kabel gekommen vom Schweizer Fernsehen rein und der Kabel ist auf dem Kabel vom Sessellift drauf. Der Sessellift hat sofort blockiert, die Sicherheitsmassnahmen. Viele Läufer sind auf dem Sessellift drauf gesessen. Hirscher und Co sitzen oben. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert.